Einst hatte der Erhabene, solange es ihm zusagte, im Walde der Ambapali geweilt, bis er schließlich zu dem ehrwürdigen Ananda sagte, »Komm, o Ananda, lass uns zum Dorfe Beluva gehen.« »So sei es, Herr«, erwiderte dieser. Und der Erhabene begab sich mit einer großen Schar von Mönchen nach Beluva. Als er sich dort aufhielt, sprach er zu den Mönchen, »Geht, ihr Mönche, und verbringt die Regenzeit in der Nähe von Vessali bei euren Freunden, Bekannten und Vertrauten. Ich werde sie hier in Beluva verleben.« Die Mönche stimmten dem Erhabenen zu und taten nach seinen Worten. Den Erhabenen aber befiel während dieser Zeit eine schwere Krankheit. Heftige Schmerzen überkamen ihn, die ihn dem Tode nahe brachten. Doch klar, bei vollem Bewusstsein und ohne sich aus der Ruhe bringen zu lassen, ertrug sie der Erhabene. Und der Erhabene überlegte, »Es wäre unpassend von mir, wenn ich ohne ein Wort für die, welche mir zu Diensten gestanden haben, und ohne Abschied von der Gemeinde der Mönche in das vollkommene Nirwana eingehen würde. Ich will diese Krankheit daher mit aller Kraft zurückdrängen und noch eine Daseinsverlängerung erstreben.« Er tat so, und seine Krankheit schwand, und der Erhabene genas. Er hob sich bald vom Krankenlager, verließ das Haus und setzte sich auf einen Sitz, der im Schatten des Hauses für ihn bereit gemacht war. Da trat der ehrwürdige Ananda an ihn heran, grüßte ihn ehrerbietig, setzte sich etwas beiseite hin und sprach, »Oh, wie glücklich bin ich, dass der Erhabene sich wieder wohl befindet! Oh, wie glücklich, dass es dem Erhabenen wieder besser geht! Ich fühlte mich wie berauscht, konnte nicht rechts von links unterscheiden und nichts mehr erkennen. So verstörte mich die Krankheit des Erhabenen. Und nur der eine tröstliche Gedanke blieb mir, dass der Erhabene nicht in das Nirwana eingehen würde, bevor er nicht noch ein Wort über die Zukunft der Mönchsgemeinde geäußert hätte.« Was verspricht sich denn, o Ananda, die Gemeinde der Mönche noch von mir? Die Lehre habe ich verkündet, ohne an ihr einen Kern und eine Schale zu unterscheiden, und es gibt keine Erkenntnisse, mit denen ich zurückgehalten hätte. Vielleicht hätte ein Lehrer, der da denkt, ich will allein über der Gemeinde der Mönche wachen, oder die Gemeinde der Mönche soll auf mich angewiesen sein, noch irgendetwas in Beziehung auf die Gemeinde der Mönche zu sagen. Der Pfadvollender aber hat solche Gedanken nicht. Und was sollte er dann noch in Hinsicht auf die Gemeinde der Mönche bestimmen? Ich bin jetzt gebrechlich alt, ein Greis, bin meinen Lebensweg geschritten, hochbetagt und stehe im Alter von achtzig Jahren. Und wie, o Ananda, sich ein alter Karren nur unter Schwierigkeiten fortbewegt, so kommt auch der Körper des Pfadvollenders nur unter Beschwerden von der Stelle. Deswegen, o Ananda, sucht in euch selbst die Rettungsinsel, seid euch selbst die Zufluchtsstätte und sucht keine andere Zuflucht. Nehmt die Lehre zur Rettungsinsel, die Lehre zur Zufluchtsstätte und sucht keine andere Zuflucht. Die Strebsamen, welche entweder jetzt oder nachdem ich heimgegangen bin, danach handeln, diese Mönche, o Ananda, werden als erste des höchsten Glücks teilhaftig werden. Und in der Morgenfrühe kleidete sich der Erhabene an, nahm Almosenschale und Obergewand und ging auf Bettelgang nach Vesali hinein. Nachdem er dort seinen Bettelgang gemacht, sein Mahl eingenommen hatte und wieder zurückgekehrt war, sprach er zu dem ehrwürdigen Ananda, Und der ehrwürdige Ananda gehorchte und folgte dem Erhabenen dicht auf dem Fuße. Als der Erhabene zu dem Heiligtum gekommen war und sich auf dem hergerichteten Sitze niedergelassen hatte, verneigte Ananda sich vor ihm und nahm ein wenig beiseite Platz. Da sprach der Erhabene zu Ananda, »Ein freundlicher Aufenthaltsort, o Ananda, ist Vesali. Lieblich sind die Heiligtümer in seiner Umgebung, und entzückend ist dies Tchapala-Heiligtum. Und o Ananda jemand, der die Grundlagen der vier übernatürlichen Kräfte entwickelt hat, der sie häufig übt, sie meistert, sich auf sie gründet, sie anwendet, stärkt und voll ausbildet, der kann, wenn er will, über ein Weltalter oder den Rest eines Weltalters hinaus sich am Leben erhalten. Der Pfadvollender hat diese Kräfte entsprechend entwickelt, o Ananda, und wenn er wollte, könnte er sein Leben bis über ein Weltalter hinaus verlängern.« Der ehrwürdige Ananda aber vermochte nicht, obwohl ihm der Erhabene eine so greifbare Andeutung machte und es ihm so offenbar klarlegte, den Sinn dieser Worte zu erfassen, und versäumte es, den Erhabenen zu bitten, »Möge der Erhabene, der Wohlgegangene, doch ein Weltalter lang auf Erden bleiben, zum Heil und zum Glück für viele Wesen, aus Mitleid mit der Welt, zum Nutzen, zum Heil und zum Wohl für Götter und für Menschen. Denn sein Herz war von Mara, vom Bösen, besessen. Und zum zweiten und zum dritten Male sprach der Erhabene ebenso, und wieder und wieder versäumte Ananda die Bitte. Und dann sprach der Erhabene zum ehrwürdigen Ananda, »Geh jetzt, o Ananda, und tu, was du für an der Zeit hältst.« Und Ananda stand gehorsam von seinem Sitze auf, verneigte sich vor dem Erhabenen, umwandelte ihn feierlich und setzte sich nicht weit entfernt am Fuße eines Baumes nieder. Kaum hatte sich der ehrwürdige Ananda entfernt, da trat Mara, der Böse, an den Erhabenen heran und sprach zu ihm, »Möge der Erhabene, der Wohlgegangene, jetzt ins vollkommene Nirwana eingehen. Es ist jetzt für den Erhabenen an der Zeit, dahin zu schwinden.« Hat doch seinerzeit der Erhabene zu mir gesagt, »Solange, o Böser, werde ich nicht ins vollkommene Nirwana eingehen, bis nicht meine Mönche und Nonnen, ebenso wie die Laienbrüder und Laienschwestern, Hörer geworden sind, weise, geschult, ihrer Sache vertrauend, gelehrt, die Lehre kennend, die Gebote und Nebengebote haltend, von rechtem Wandel nach den Geboten lebend, bis sie das, was sie von ihrem Lehrer gelernt haben, wieder lehren, unterweisen, mitteilen, verkünden, darlegen, auseinandersetzen und erklären können, bis sie imstande sein werden, auftretende Widersacher mit den Worten der Lehre vollauf niederzuzwingen und die Lehre auch unter Hervorbringung von Wundern zu unterweisen. Dies alles ist jetzt der Fall. Deshalb möge der Erhabene, der Wohlgegangene, in das vollkommene Nirwana eingehen. Es ist jetzt für den Erhabenen an der Zeit, von hinnen zu scheiden. Darauf antwortete der Erhabene Mara dem Bösen, »Gibt er keine Mühe weiter, o Böser, bald werde ich ins Nirwana eingehen. Nach Verlauf von drei Monaten wird der Pfadvollender von hinnen scheiden.« So gab der Erhabene im Tschapala-Heiligtum klar und bei vollem Bewusstsein das Dasein auf. Und als er so tat, entstand ein gewaltiges, schreckliches, haarsträubendes Erdbeben, und der Donner krachte. Da dachte der Ehrwürdige aneinander, »Wie merkwürdig und wunderbar! Das war doch ein großes Erdbeben! Für war ein mächtiges Erdbeben, schrecken- und angsterregend, und der Donner krachte! Aus welchem Grunde und aus welcher Ursache mag denn dies große Erdbeben stattgefunden haben?« Und der Ehrwürdige aneinander begab sich zum Erhabenen und befragte diesen darum mit denselben Worten. Und der Erhabene sprach, »Einstmals, o Ananda, bald, nachdem ich zur Erleuchtung gelangt war, weilte ich zu Urovela am Ufer eines Flusses unter dem Feigenbaum eines Ziegenhirten. Da trat Mara, der Böse, an mich heran und sprach, »Der Erhabene, der Wohlgegangene, möge nun ins Nirwana eingehen. Es ist jetzt an der Zeit, für den Erhabenen von hinnen zu scheiden.« Und darauf habe ich ihm entgegnet, »dass ich nicht ins Nirwana eingehen würde, bevor nicht Mönche, Nonnen, Laienbrüder und Laienschwestern in der Lehre wohl bewandert seien und die Gebote treulich halten würden.« Eben, o Ananda, trat nun Mara, der Böse, hier beim Tschabala-Heiligtum wieder an mich heran und erinnerte mich an meine damaligen Worte. Und ich antwortete ihm, »Gibt er keine Mühe weiter, o Böser, bald werde ich ins Nirwana eingehen. Nach Verlauf von drei Monaten wird der Pfadvollender von hinnen scheiden.« »So habe ich jetzt im Tschabala-Heiligtum klar und bei vollem Bewusstsein auf das Dasein verzichtet.« »Wenn aber ein Pfadvollender klar und bei vollem Bewusstsein auf das Dasein verzichtet, dann schwankt, zittert, bebt und schüttelt sich die Erde.« Darauf sprach der Ehrwürdige Ananda zum Erhabenen, »Möge der Erhabene, der Wohlgegangene, doch ein Weltalter lang auf Erden bleiben, zum Heil und zum Glück für viele Wesen, aus Mitleid mit der Welt, zum Nutzen, zum Heil und zum Wohl für Götter und für Menschen.« »Höre jetzt auf, o Ananda. Bitte den Pfadvollender nicht weiter. Es ist jetzt nicht mehr an der Zeit, ihn zu bitten.« »Aber zum zweiten und zum dritten Male bat der ehrwürdige Ananda...« »Glaubst du, o Ananda, dass der Pfadvollender die Erleuchtung besitzt?« »Ja, Herr.« »Warum also, o Ananda, quälst du dann den Pfadvollender durch dreimal wiederholtes Bitten?« »Herr, aus dem eigenen Munde des Erhabenen habe ich es gehört und vernommen, dass jemand, der die Grundlagen der für übernatürlichen Kräfte entwickelt hat, wenn er will, über ein Weltalter oder den Rest eines Weltalters hinaus sein Leben verlängern kann. »Glaubst du das, o Ananda?« »Ja, Herr.« »Dann, o Ananda, hast du gefehlt und gesündigt, da du, obwohl der Pfadvollender solch eine greifbare Andeutung machte und es dir so offenbar klarlegte, nicht den Sinn seiner Worte erfasstest und ihn nicht batest, zum Heil und zum Glück für viele Wesen ein Weltalter lang auf der Erde zu weilen. Wenn du, o Ananda, damals den Pfadvollender gebeten hättest, würde er zweimal deine Worte zurückgewiesen haben, beim dritten Mal aber hätte er dir nachgegeben. Darum, o Ananda, hast du gefehlt und gesündigt. Habe ich dir früher nicht schon mal gesagt, dass man von allem, was einem lieb und wert ist, scheiden und sich trennen muss und dass alle unsere Beziehungen sich wandeln? Auch ist es unmöglich und ganz ausgeschlossen, dass das, was geboren, entstanden, bedingt und der natürlichen Vernichtung anheimgegeben ist, nicht zerfiele. Und ebenso unwiderruflich ist auch das Wort, mit dem ich das fernere Dasein aufgab, wegstieß und darauf in jeder Weise verzichtete. Ganz eindeutig habe ich gesagt, bald werde ich ins vollständige Nirvana eingehen. Nach Verlauf von drei Monaten wird der Pfadvollender von hinnen scheiden. Ganz ausgeschlossen ist es, dass ich dieses Wort, um weiterzuleben, wieder in mich hineinschlucke. Weiterhin begab sich der Erhabene mit einer großen Mönchsgemeinde nach Parva und hielt sich dort im Mangowalde des Schmiedes Tschunda auf. Der Schmied Tschunda hörte davon, begab sich zum Erhabenen, verneigte sich vor ihm und setzte sich etwas beiseite nieder. Und der Erhabene belehrte, bewegte, erfreute und entzückte den Schmied mit einer Predigt. Darauf sprach Tschunda zum Erhabenen, möge der Erhabene mit der gesamten Mönchsgemeinde meinte das Mahl bei mir zu nehmen. Und der Erhabene nahm durch Schweigen die Einladung an. Als Tschunda sah, dass der Erhabene seiner Bitte nachkommen würde, stand er auf, verneigte sich vor dem Erhabenen, umwandelte ihn und ging davon. Nach Verlauf der Nacht ließ Tschunda in seinem Hause erlesene, harte und weiche Speisen zubereiten, darunter auch ein großes Gericht schweineweich. Dann ließ er dem Erhabenen sagen, es ist Zeit, Herr, das Mahl steht bereit. Der Erhabene aber hatte sich in der Frühe angekleidet, nahm Almosenschale und Obergewand und begab sich mit der ganzen Gemeinde der Mönche zur Wohnung des Schmiedes Tschunda. Dort angelangt, ließ er sich auf dem für ihn hergerichteten Sitz nieder und sagte dann zu Tschunda, »Das Gericht schweineweich, o Tschunda, das du bereitet hast, setze mir vor, der Gemeinde der Mönche aber gib, was du an anderen harten und weichen Speisen zubereitet hast.« »Gut, Herr«, antwortete Tschunda und tat so. Dann sprach der Erhabene zum Schmiede Tschunda, »O Tschunda, was von dem Gericht schweineweich übrig geblieben ist, vergrabe in ein Loch, denn ich kenne außer mir in der ganzen Welt samt ihren Göttern Mara und Brachma kein Geschöpf, sei es ein Asket, Brahmane, Gott oder Mensch, das dies richtig verdauen könnte.« »Ja, Herr«, antwortete Tschunda und tat so. Als nun der Erhabene das Mahl Tschundas des Schmiedes gegessen hatte, befiel ihn eine schwere Krankheit. Er bekam blutige Ruhe und heftige Schmerzen entstanden, die ihn dem Tode nahe brachten. Der Erhabene aber ertrug sie klar und bei vollem Bewusstsein und ohne, dass er dadurch aus seiner Ruhe gebracht wurde. Darauf sprach der Erhabene zum ehrwürdigen Ananda, »Komm, O Ananda, wir wollen uns nach Kusinara begeben.« »Gut, Herr«, sagte zustimmend der ehrwürdige Ananda. Auf dem Marsche dorthin aber verließ der Erhabene den Weg, begab sich unter einen Baum und sprach, »Bitte, O Ananda, lege meinen Mantel vierfach zusammen, ich bin müde und möchte mich hinsetzen.« »Ja, Herr«, antwortete Ananda und tat so. Dann setzte sich der Erhabene und sprach zueinander, »Bitte, hole mir zu trinken, ich bin durstig.« Da antwortete Ananda dem Erhabenen, »Soeben, O Herr, haben fünfhundert Wagen, dies Wässerchen passiert, und es ist von den Rädern zerwühlt und aufgerührt und fließt trübe dahin. Nicht weit von hier aber, O Herr, befindet sich ein Fluss, der führt klares, angenehmes, kaltes und durchsichtiges Wasser, hat schöne, zugängliche Ufer und ist sehr lieblich. Dort könnte der Erhabene Wasser trinken und auch seine Glieder kühlen.« Aber ein zweites und ein drittes Mal forderte der Erhabene den Ananda mit denselben Worten auf. Da endlich antwortete der ehrwürdige Ananda, »Ja, Herr«, nahm die Schale und ging an das Flüsschen. Als er aber dorthin kam, floss das Wasser plötzlich klar, lauter und ungetrübt dahin, und der ehrwürdige Ananda dachte, »Wie merkwürdig und wunderbar ist es doch bestellt um die übernatürliche Kraft und die Macht des Pfadvollenders. Jetzt, wo ich herbeikomme, fließ dieses wasserarme Flüsschen, das eben noch von Rädern zerwühlt, aufgerührt und trübe war, plötzlich klar, lauter und ungetrübt dahin.« Und er füllte die Schale mit Wasser, begab sich wieder zum Erhabenen und berichtete das Wunder, indem er hinzufügte, »Möge der Erhabene der Wohlgegangene dieses Wasser trinken.« Und der Erhabene tat so. Und es sprach der Erhabene zum ehrwürdigen Ananda, »Komm, Ananda, lass uns auf das andere Ufer des Flusses gehen in den Zahlerwald.« »So sei es, Herr«, erwiderte Ananda. Und dann begab sich der Erhabene mit einer großen Gemeinde von Mönchen eben dorthin und sprach, angekommen, zum ehrwürdigen Ananda, »Bitte, o Ananda, bereite mir zwischen einem Paar von Zahlerbäumen mit dem Kopf nach Norden zu ein Lager. Ich bin müde, o Ananda, und möchte mich hinlegen.« Und Ananda richtete das Lager zu. Dann legte sich der Erhabene wie ein Löwe auf die rechte Seite, bedeckte mit einem Fuß den anderen, und er war klar und bei vollem Bewusstsein. Dazu mal aber waren die beiden Zahlerbäume mit außer ihrer Zeit erblühenden Blumen ganz bedeckt. Diese überstreuten, überschütteten und begruben den Körper des Pfadvollländers völlig unter sich, um ihm Ehre zu erweisen. Und auch himmlische Mandarava-Blüten und himmlisches Sandelpulver fielen aus der Luft herab, und auch sie bestreuten, überschütteten und verdeckten den Körper des Pfadvollländers. Himmlische Musikinstrumente aber spielten in der Luft und himmlische Gesänge ertönten, um den Pfadvollländer zu ehren. Und der Erhabene sprach zueinander, Es gibt vier sehenswerte Städten, deren Anblick das Herz eines wohlerzogenen Gläubigen höher schlagen lässt. Die Städten, von denen es heißt, hier ist der Pfadvolländer geboren, hier ist er zur allerhöchsten vollkommenen Erleuchtung erwacht, hier hat er das allerhöchste Rat der Lehre in Bewegung gesetzt und hier ist der Pfadvollender in das restlose Nirvana heimgegangen. Diese vier Städten oanander werden die gläubigen Mönche, Nonnen, Laien, Brüder und Laienschwestern besuchen und die, welche sich auf der Pilgerfahrt zu einer dieser heiligen Städten befinden und klaren Geistes vom Tode überrascht werden, alle die werden nach dem Zerfall ihres Körpers nach dem Tode einen guten Gang tun und in der Himmelswelt wiedergeboren werden. Dann sprach der ehrwürdige Ananda, Wie sollen wir mit dem Leichnam des Pfadvollinders verfahren? Sorgt euch nicht darum, o Ananda, wie ihr die Gebeine des Pfadvollinders ehrenvoll bestattet. Ihr, o Ananda, sollt nach dem höchsten Ziele streben, diesem allein nacheifern und euch ihm sorgsam, angestrengt und entschlossen zuwenden. Es gibt Weise genug unter den Kriegern, Brahmanen und Haushältern, die dem Pfadvollender ergeben sind. Die werden den Leichnam des Pfadvollinders ehrenvoll bestatten. Dann zog sich der ehrwürdige Ananda in sein Mönchs Gelass zurück, lehnte sich an den Türbalken und dachte weinend, ich bin einer, der noch viel zu lernen und noch viel an sich zu arbeiten hat, und mein Meister, der für mich sorgte, wird nun bald in das vollkommene Nirwana eingehen. Und der Erhabene fragte die Mönche, wo ist Ananda, ihr Mönche? Der ehrwürdige Ananda ist in sein Mönchs Gelass gegangen, lehnt am Türbalken und weint. Da sprach der Erhabene zu einem Mönch, geh um Mönch und bestelle dem Ananda, der Meister lässt dich rufen, Freund Ananda. Und der Mönch führte den Auftrag aus. Jawohl, Freund, antwortete der ehrwürdige Ananda, kam herbei, verneigte sich vor dem Erhabenen und ließ sich etwas beiseite nieder. Und da sprach der Erhabene zu ihm, Lass es genug sein, O Ananda, jammere und klage nicht. Habe ich dir nicht schon früher gesagt, dass man von allem, was einem lieb und wert ist, scheiten und sich trennen muß und dass alle unsere Beziehungen sich wandeln? Auch ist es unmöglich und ganz ausgeschlossen, dass das, was geboren, entstanden, bedingt und der natürlichen Vernichtung anheimgegeben ist, nicht zerfiele. Eine lange Zeit, O Ananda, hast du dem Pfadvollender zur Seite gestanden, mit unverbrüchlichen, unermesslichen, um sein Wohl und sein Glück besorgten, liebevollen Taten von Körper, Mund und Gedanken. Du hast Gutes getan, O Ananda, sei eifrig bestrebt, dann wirst du bald ohne Sünde sein. Geh jetzt, O Ananda, nach Kusinara und melde den dortigen Malers, heute, in der letzten Wache der Nacht, wird das vollständige Nirvana des Pfadvollenders vor sich gehen. Kommt dabei, damit ihr euch nicht nachher von Reuer erfüllt sagen müsst, im Bereich unseres Dorfes ist der Pfadvollender von hinnen gegangen, und wir haben es versäumt, ihn in seiner letzten Stunde zu sehen. Ja, Herr, versprach der ehrwürdige Ananda, kleidete sich an, nahm Schale und Obergewand und begab sich mit noch einem anderen Mönch nach Kusinara. zu Zu dieser Zeit waren die Malas von Kusinara gerade in der Beratungshalle versammelt, um über irgendetwas Beschluss zu fassen, und der ehrwürdige Ananda begab sich zur Beratungshalle und richtete seinen Auftrag aus. Auf seine Nachricht hin wurden die Malas und ihre Kinder, Schwiegertöchter und Frauen höchst betrübt, traurig und von Herzeleid erfüllt, und einige schrien, indem sie ihre Haare rauften oder die Arme in die Höhe reckten, warfen sich heftig zu Boden, wälzten sich hin und her und riefen, bald wird der Erhabene ins Nirvana eingehen, bald wird der Wohlgegangene gänzlich von Hinnen scheiden, bald erlischt das Auge in der Welt. Dann zogen alle diese Malas betrübt und traurig zum Salawalde und begaben sich zum ehrwürdigen Ananda. Da dachte der ehrwürdige Ananda, wenn ich die Malas aus Cusinara nun einzeln jeden für sich den Erhabenen begrüßen lasse, wird die Nacht vorüber gehen, ohne dass alle den Erhabenen begrüßt haben. Darum will ich die Malas nach Familienverbänden aufstellen und so den Erhabenen begrüßen lassen mit den Worten der Malas so und so samt seinen Kindern, Frauen, seiner Dienerschaft und Freunden verneigt sich tief zu Füßen des Erhabenen. Und der ehrwürdige Ananda tat so und erreichte auf diese Weise, dass alle Malas schon im Verlauf der ersten Nachtwache dem Erhabenen ihre Ehrerbietung bezeigt hatten. Damals sprach der Erhabene zum ehrwürdigen Ananda Es mag sein, o Ananda, dass euch folgender Gedanke kommt. Nun hören wir die Eures Lehrers nicht mehr und haben nicht länger einen Meister. Aber so Ananda sollt ihr nicht denken. Die Lehre und die Ordenszucht, in der ich euch unterwiesen und die ich euch gegeben habe, soll nach meinem Dahinscheiden euer Meister sein. Und weiter sagte der Erhabene zu den Mönchen, Es könnte nun sein, ihr Mönche, dass irgendeiner von euch einen Zweifel oder eine Unsicherheit in Hinsicht auf den Buddha, seine Lehre, seine Gemeinde, den Weg oder den Pfad besäße. Darum fragt ihr Mönche, damit ihr euch nicht später von Reue erfüllt zu sagen braucht, als der Meister mitten unter uns war, da getrauten wir uns nicht, den Erhabenen persönlich zu befragen. Auf diese Worte schwiegen die Mönche und ein zweites und ein drittes Mal sprach der Erhabene dieselben Worte und auch beim dritten Mal schwiegen die Mönche. Da sprach der Erhabene, es könnte sein, ihr Mönche, dass ihr in ehrfürchtiger Zurückhaltung vor dem Meister ihn nicht fragt. Dann mag zunächst der Freund dem Freunde seine Bedenken mitteilen. Doch auch darauf schwiegen die Mönche. Da sagte der Ehrwürdige einander zum Erhabenen, ein Wunder ist es, O Herr, und etwas ganz Besonderes. So klar ist es mir, dass in dieser Gemeinde der Mönche auch nicht ein einziger einen Zweifel oder eine Unsicherheit in Hinsicht auf den Buddha, seine Lehre, seine Gemeinde, den Weg oder den Pfad hat. Du sprichst so Ananda, weil du es glaubst, der Pfad voll Ende aber weiß, dass es sich so verhält. Denn von den 500 Mönchen hier ist auch der Letzte in den Strom der Erlösung eingetreten, wird keiner mehr in eine üble Daseinsform gelangen, sieht jeder unverrückt in der Erleuchtung das höchste Ziel. Und dann sprach der Erhabene zu den Mönchen. Nur noch eins, ihr Mönche, habe ich euch jetzt zu sagen. Vergänglich sind alle Formen des Daseins. Müht euch, ohne abzulassen. Das war das letzte Wort des Vollendeten. Dann durchlief der Erhabene nacheinander die vier Stufen der Versenkung. Von der vierten Stufe aus trat er in die Sphäre der Raumunendlichkeit ein, von hier aus in die Sphäre der Bewusstseins Unendlichkeit, dann in die Sphäre des Nichts, in die Sphäre Jenseits von Bewusstsein und Nichtbewusstsein und von hier aus erreichte er das Auslöschen von Bewusstsein und Empfindung. Da sprach der ehrwürdige Ananda zu dem ehrwürdigen Anuruda, der Erhabene ist in das Pari Nirvana eingegangen, o Anuruda. Nein, Freund, der Erhabene ist noch nicht in das Pari Nirvana eingegangen, sondern hat nur das Aufhören von Bewusstsein und Empfindung erreicht. Und der Erhabene durchlief noch mal in umgekehrter Reihenfolge alle die Sphären bis hinunter zur ersten Stufe der Versenkung. Von dieser aus erhob er sich dann wieder in die zweite, dritte und vierte Stufe und von der vierten Stufe aus ging der Erhabene schließlich sogleich in das vollständige Nirvana ein. In demselben Augenblick aber geschah ein großes Erdbeben, ein Schreckliches, Entsetzen Verursachendes und der Donner krachte. Von den Mönchen aber, die noch nicht ganz von Leidenschaften frei waren, warfen die einen die Arme in die Höhe, stürzten sich heftig zu Boden, wälzten sich hin und her und schrien, zu schnell ist der Erhabene, der Wohlgegangene in das Nirvana eingegangen, zu schnell ist das Auge in der Welt erloschen. Die Mönche aber, welche von Leidenschaften frei waren, trugen sich gefasst, indem sie dachten, unbeständig sind alle Formen des Daseins, es ist ja gar nicht anders möglich. Indessen verbrachten der ehrwürdige Anuruda und der ehrwürdige Ananda den Rest der Nacht mit einer Besprechung über die Lehre. Schließlich aber sagte der ehrwürdige Anuruda zu dem ehrwürdigen Ananda »Geh, Freund, begib dich nach Kusinara und sprich zu den dortigen Malas »Der Erhabene ist in das vollständige Nirvana eingegangen. Tut, was euch an der Zeit erscheint.« »Gut, Herr«, antwortete der ehrwürdige Ananda, kleidete sich an, nahm Schale und Obergewand und ging mit einem noch anderen Mönch nach Kusinara. Als die Malas aus Kusinara die Nachricht vom Hinscheiden des Erhabenen erhielten, trauerten und klagten sie sehr. Dann befahlen sie ihren Dienern, bringt alle Wohlgerüche, Kränze und Musikinstrumente aus ganz Kusinara zusammen, und sie begaben sich damit und mit fünfhundert doppelt liegenden Stoffstücken in den Zahlerwald, dorthin, wo sich der Leichnam des Erhabenen befand. Und mit Tänzen, Gesängen, Musikvorführungen, Kränzen und Wohlgerüchen verehrten sie den Leichnam des Erhabenen und huldigten ihm in jeder Weise. Dabei spannten sie Sonnenschutzdächer aus, errichteten Zelte und verbrachten so den ganzen Tag. Dann sprachen die Malas zu dem ehrwürdigen Ananda »O Ananda, wie sollen wir nun mit dem Leichnam des Pfadvolländers verfahren?« »So wie mit dem eines weltbeherrschenden Königs.« Da umwandten die Malas von Kusinara den Leichnam des Erhabenen mit einem noch nie gebrauchten Tuch, darauf mit einer dünnen Lage gezupfter Baumwolle, darauf wieder mit einem Tuch und sofort, bis sie auf diese Weise den Leichnam des Erhabenen mit fünfhundert Doppellagen umwunden hatten. Dann legten sie ihn in eine eiserne Wanne mit Öl, überdeckten diese mit einer anderen, schichteten einen Scheiterhaufen aus aller Art von wohlriechenden Substanzen auf und legten den Leichnam des Erhabenen darauf. Vier von den vornehmsten Malas aber, die ihr Haupt besonders gebadet und neue Kleider angelegt hatten, machten sich daran, den Scheiterhaufen des Erhabenen in Brand zu setzen. Waren aber nicht dazu imstande. Da fragten die Malas den ehrwürdigen Anuruda, was dies wohl für einen Grund oder eine Ursache haben könnte. Die Götter haben anders beschlossen, antwortete er, und was haben die Götter beschlossen? Der Beschluss der Götter lautet, der ehrwürdige Mahakasapa befindet sich mit der großen Schar von fünfhundert Schülern auf dem Wege von Pava nach Kusinara und der Scheiterhaufen des Erhabenen wird nicht eher aufflammen, bis sich der ehrwürdige Mahakasapa verehrend mit dem Kopf bis hinab auf die Füße des Erhabenen geneigt hat. Wenn das der Wille der Götter ist, soll es so sein. Zu der Zeit befand sich der ehrwürdige Mahakasapa von Pava unterwegs nach Kusinara und es begab sich, dass er die Straße verließ und sich unter einem Baum niedersetzte. Ein umherziehender Asket aber wanderte gerade in der Gegenrichtung nach Pava und hatte sich aus Kusinara eine Mandarava Blüte mitgenommen. Mahakasapa sah ihn von fern herbeikommen und rief ihn an. Freund, kennst du unseren Meister? Ja, Freund, ich kenne ihn. Heute, vor sieben Tagen, ist der Asket Gotama ins vollkommene Nirvana eingegangen und von den Bestattungsfeierlichkeiten habe ich mir diese Mandarava Blüte mitgenommen. Da schrien einige der Mönche von Schmerz bewegt auf und weinten. Der ehrwürdige Mahakasapa aber sprach zu den verzweifelten Mönchen genug ihr Freunde. Hört auf zu jammern und zu klagen. Hat der Erhabene nicht früher schon gesagt, dass man von allem, was einem lieb und wert ist, scheiden und sich trennen muss und dass alle Beziehungen sich wandeln? Und der ehrwürdige Mahakasapa Scheiterhaufen des Erhabenen heran, entblößte seine rechte Schulter, legte die Hände vor der Brust zusammen, umwandelte den Scheiterhaufen dreimal feierlich nach rechts, entfernte die Tücher am Fußende und beugte sich mit dem Kopfe verehrend bis auf die Füße des Erhabenen herab. Und ebenso taten die 500 Mönche. Als Mahakasapa und die 500 Mönche aber derart ihre Verehrung ausgedrückt hatten, da flammte der Scheiterhaufen des Erhabenen von selbst auf. So wurde der Leib des Pfadvollenders verbrannt. Die äußere und die innere Haut, das Fleisch, die Sehnen und die Säfte hinterließen aber weder Asche noch Ruß, und nur die Knochenreste blieben übrig. Es war genau so, wie wenn man Schmelzbutter oder Öl verbrennt, auch da bleibt keine Asche und kein Ruß zurück. Trotzdem aber verbrannten von den fünfhundert Paar Hüllen nur zwei Lagen, die innerste und die äußerste. Als dann der Leichnam des Erhabenen verbrannt war, ergoss sich aus der Luft ein Wasserstrahl hernieder und löschte den Scheiterhaufen aus, unterstützt von Wasser, das aus dem Boden hervorbrach. Gleichzeitig aber machten sich auch die Malers daran, den Scheiterhaufen mit aller Art von duftenden Wassern zu löschen. Darauf errichteten die Malers um die Gebeine des Erhabenen ein Gitter aus Speeren, schichteten einen Wall von Bogen darum und ehrten, feierten und achteten die Reliquien und huldigten ihnen sieben Tage lang in der Ratshalle mit Tänzen, Gesängen, Musikvorführungen, Kränzen und Wohlgerüchen. Der König von Magadar aber erfuhr, dass der Erhabene zu Kusinara ins Nirvana eingegangen war und schickte an die Mala seinen Boten mit der Forderung, der Erhabene war ein Angehöriger der Kriegerkaste und da auch ich ein Krieger bin, erhebe ich Anspruch auf einen Teil der Gebeine des Erhabenen. Ich will über ihnen ein Monument errichten und ein Großes Fest begehen. Diese Forderung der Auslieferung eines Teiles der Reliquien des Erhabenen erhoben aber auch die Litschavis von Vesali, die Sakias von Kapilavatu, die Letzteren mit der Begründung, der Erhabene ist unser vornehmster Verwandter und noch vier andere Parteien. Hierauf erklärten die Malas von Kusinara allen versammelten, der Erhabene ist in unserem Bezirk heimgegangen, wir geben nichts von den Reliquien heraus. Der Brahmane Dona aber sprach zu den Anwesenden, hört, ihr Herren, eins muss ich euch sagen, bedenkt, dass der Buddha uns Sanftmut zu üben gepredigt hat, nie könnte man es gutheißen, wenn es zu einem Streit um die Verteilung der Reliquien des Höchsten käme. Wir alle, wie wir hier zusammen sind, wollen darum acht gleiche Teile aus den Reliquien machen, dann werden ihre Denkmäler in allen Himmels Gegenden verbreitet sein und viele Leute sich zu dem Weisen bekehren. Dann, o Brahmane, teile du selbst die Reliquien des Erhabenen in acht gleiche Teile. Da tat der Brahmane Dona so und sprach so dann zu den Versammelten, diese Urne möchte ich mir ausbitten, auch ich will ein Denkmal über ihr errichten und ein Fest veranstalten. Und sie schenkten dem Brahmanen die Urne. Nachträglich hörten auch die Moriyas von Pipalivana vom Hinscheiden des Erhabenen und verlangten auch ihren Teil. Aber es hieß, von den Reliquien des Erhabenen ist nichts mehr vorhanden, sie sind alle verteilt, nehmt euch die Asche. Und da nahmen sie die Asche mit sich. Der König von Magada aber und die anderen alle, welche bei der Teilung bedacht worden waren, errichteten über den Gebeinen des Erhabenen ein Erinnerungsmonument und veranstalteten große Feste. Ebenso verfuhren der Brahmane Dona mit der Urne und die Moriyas von Pipalivana mit der Asche. Auf diese Weise gab es acht Erinnerungsmonumente über den Gebeinen, ein neuntes über der Urne und ein zehntes über der Asche des Erhabenen. Untertitelung des ZDF, 2020